Westküste FM, der Buchtipp, heute von Gabriele Scheller. Wir wollen zusammen zehn Tage im Sommer auf der Ostsee bei einem Segeltörn verbringen. Wollen ist allerdings etwas zu viel gesagt. Eigentlich will es nur einer, Andreas, ein mächtiger, gewiefter Wirtschaftsanwalt. Er erhofft sich zweierlei. Eine Wiederannäherung an seine Frau Caroline, sie ist Chefredakteurin eines Lifestyle-Magazins. Sie hat sich emotional mehr und mehr von ihrem Mann entfernt. Das andere Ziel ist es, die Verbindung zu Daniel, einem Kollegen, zu stärken. Er will prüfen, ob der fähige und kompetente Anwalt als Partner in die Sozietät aufgenommen werden soll. Wiederwillig begleitet diesen seine Partnerin Tanja, die von Beruf Altenpflegerin ist. Sie ahnt, dass sie sich in diesem Umfeld nicht wohlfühlen wird. Wiedererwartend fängt die Fahrt mit dem Ziel schwedische Scheren entspannt an. Das Schiff ist toll, die Stimmung entspannt, das Wetter wunderbar. Nur der Skipper Erik ist eher schweigsam. Ein mysteriöser Typ, von dem allerdings eine gewisse Faszination ausgeht. Ja, und dann verändert sich nach und nach die Situation. Das Wetter wird schlechter und gruppendynamische Prozesse verändern die Beziehungen der fünf Menschen an Bord, untereinander. Ein starkes Buch, das mir viel Spaß gemacht hat. Spannung nicht nur für Segler.